So! Oh shit! Ja, alles cool! Oh man, oh! Hier wäre ein Shop gewesen! Ihr Schweine! Ihr Schweine! Na gut! Was gibt es denn hier? Was ist denn das? Zugang zur Thermalisolierung. Ich würde schon immer mal wissen, wie so eine Thermalisolierung von innen aussieht. Geht also hinein mit uns! Na Leute! Oh! Oh Scheiße! Nicht cool! Scheiße! Ah, na ist ja klar! Jetzt kommen sie wieder! Jetzt kommen sie wieder an die Schüsse! Oh, wir machen das einfach wie eure Aliens! Oh Scheiße! Oh ho 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 ho! Junge, 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 Junge! Alter! Noch einmal dabei sein! Nochmal die große Freiheit spüren! Hey, 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 hey! Freundchen, 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 Freundchen! Nein! Nicht der Wichser! Hau ab! Geh weg! Verschwinde! Oh Scheiße! Nicht cool! Hau ab! Geh weg! Mh, Mann! Das wird's aber unangenehm! Hau ab! Das wird's aber unangenehm! Hau ho 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 ho! Na, hört's denn hier gar nicht auf. Das muss doch nicht wahr sein. Das muss doch hier mal wieder gut sein. So, hier muss man bestimmt hin, genau. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Nope. Nope. Alles voll, nicht mehr. So, egal. Oh, Credits, Creditos. Und durch hier. Na? Ich dachte, komm mal zum Reden vorbei. Oh, was ist das? Herrschaftszeiten, Alter. Aber sowas von unkooperativ. Und nochmal so eine Session hier? Bestimmt. Aber ich frage mich, wie ich damals diesen Wahnsinn überhaupt geschafft habe, irgendwie zu platinieren hier. Muss ja so ein krasser Pro damals gewesen sein. Weil, wenn ich mich so entsinne... Wo? Wie? Ach. Wenn ich mich so recht entsinne, war es damals so, dass du, ich glaube, nur dreimal sterben durftest. Oder? Ne. Anders. Du dürftest nur dreimal speichern. Oh Gott. Oh Gott. Bode. Freundchen, ihr würdet nicht vom Bäckernrand gesprungen. Ja, nee. Und zwar, du dürftest nur dreimal speichern. So war es irgendwie. Stirbst du, musst du von vorne wieder anfangen. Von vorne. Vorne. Also Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Das war so ein Stress. Also du hast dich richtig... Du musst dich so dermaßen drauf vorbereiten. Und dieses Game... Und das halt wirklich in einem Schwierigkeitsgrad wurde. Du findest ja gar nichts, Alter. Du findest weder Munition großartig. Du musst wirklich immer nur mit diesen ganzen Körperteilen kämpfen und... Wo? Was? Wie? Und du bist einfach... Ich weiß ja nicht, wie oft ich gegen den Controller schon aus dem Fenster oder in den Fernseher schmeißen wollte. Weil dann bist du irgendwie, keine Ahnung, im letzten Level und stirbst. Und umsonst. Und umsonst. Sogar ist Zeit einfach. Ist doch scheiß unfair, Mann. Ja, was kann man so sagen, dass jemand... So, Halbredder Rubin, den lassen wir uns doch nicht durch die Lappen gehen. Entfernen. Entfernen. So, darf ich jetzt bitte in Ruhe dieses Türpanel hacken? Ich sag, man hat's auch nicht einfach. Man hat es hier nicht einfach als Ingenieur. Oh, aua. Ich glaube, selbst so ein Stromschlag war schon tödlich. In dem Schwierigkeitsgrad. Also einfach nur... Einfach nur beschissen unfair. Aber, muss man sagen, hat's auch einen Immensen-Thrill gehabt, ne? Also. Hast du dir alle in den anderen Raum gedacht, so, okay, jetzt holen wir uns mal hier hinten noch die komischen Dingsbums. Die nehmen wir mal mit rüber. Und, oh, fürchterlich. Fürchterlich. Und dann war das auch doch umsonst, weil du dann, keine Ahnung, acht, neun Mal probieren musstest. Fürchterlich. Ui. Da ist ja schon so ein bisschen Todesstern-like, wa? Und, kann man hier schießen? Schon ein bisschen witzig. Gut. Wir befinden uns immer noch auf dem richtigen Weg. Also nicht so, dass wir woanders hingehen könnten, aber Projekt innerer Gärden. So, was ist denn Projekt innerer Kern? Und? Ist hier mal ein Shop oder was? Ja, 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 ja. Text-Log. Ein Text-Log. Vorher, schnell. Private Kommunikation von Vorarbeitern. Tide-Mönn. Enttäuscht von der Evakuierungsentscheidung? Rechnen Sie mit bitteren Konsequenzen. Das war alles. Ja. Fuh. Schön. So, was? Wo denn? Wie denn? Audio-Log. Kinner-Ferbs, Forschungs-Log 43-553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf dem Mini-Marker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf EG7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmanett was zu. Zugriff. So. Schotten die Doppendibu. Okay. Es wäre ja fast nichts am Aushalten, wenn wir jetzt hier noch eine Werkbank hätten. Ja. Ja, manchmal läuft es halt einfach. Manchmal läuft es halt einfach. So. Harpunengewehr. Ah. Sekundärfeuer. Tempo, Schaden, Kapazität. Special haben wir hier auch wieder. Und nachladen. Na ja, dann machen wir erstmal Damage. Nachladen. Kapazität. Mühnen. Kapazität. Ach, da kommt man ja nicht hin. Ah, deshalb. So, okay. Aber das sieht ganz gut aus. Ah, alles werden wir nicht schaffen. Aber. An das Special werden wir rankommen. Okay. Na dann. Also, wir hätten noch ein bisschen Kohle da, aber das würde noch nicht reichen. Einen Knoten lassen wir uns herunter mal übrig für eine Tür. Aber jetzt können wir das Ding erstmal ausprobieren. So, jetzt nur noch Endboss jetzt. So können wir scheiße. So, waren wir denn da? Okay. 29. Ich guck mal ganz kurz. Was wäre denn das Sekundärfeuer? Ich probiere mal kurz das Sekundärfeuer. Explodiert das jetzt? Wie war denn das? Ich hab das... Ich weiß ja nicht, ob ich den überhaupt jemals benutzt habe. Ich glaube, für eine Trophäe musste man das benutzen. Ah, okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Du kannst den quasi als Sekundärfeuer, kannst du den so schocken? Naja, ihr habt's ja gerade selber gesehen. So, okay. Give me the enemies. I want to kill them. Kill them all. Tja, wo hat er noch im Fernsehen geholfen? naja. So. Unit 28. Eie, ei, 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 ei. Ho, 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 ho. Oh mein Gott. Das hab ich gebaut? Was? Was machen die? Sie alle kommen zur Marke. Die Konvergenz ist nah. Uh oh. All die Leichen, die sie hier rein ließ. Nicht gehen. Duotst vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet. Wofür er erschaffen wurde. Isaac, du musst uns ganz machen. Nicht mal, Alter. Mach mal nicht. So cool, Alter. Mach nicht. So cool, Alter. Mach nicht.